Und Alexa, du bist soweit? Dann 3, 2, 1, Zeit läuft! Platz 7. Haben Sie das gelesen, meine Damen und Herren? Platz 7. Und dabei gibt man sich so viel Mühe. Also ich rede jetzt nicht vom Fußball, weil Werder Bremen ist ja zur Zeit sogar auf Platz 6. Wer hätte das gedacht? Ja, Sie werden da nicht lange bleiben, aber München ist übrigens auch im letzten Platz. Da konnte auch der FC Bayern nichts gegen machen, obwohl sich Herr Hoeneß ja ganz schön mit Zeug gelegt hat. Naja, und sogar Hannover ist ein Platz über uns. Kennen Sie dieses beschauliche kleine Städtchen im Bremer Umland? Ich sage nur, Frankfurt am Main, Platz 1. Jetzt sind die schon zum zweiten Mal in Folge Hauptstadt des Verbrechens in Deutschland. Also das geht überhaupt gar nicht, weil das ist ja eigentlich unser Titel. Wo man jetzt hier natürlich sagen muss, dass Frankfurt mit den ganzen Banken schon irgendwie einen unfairen Wettbewerbsvorteil hat. Weil das weiß ja inzwischen jeder, was da so vor sich geht. Also das weiß nicht nur die NSA. Apropos, ich hoffe, Sie haben Ihre Handys alle ausgeschaltet. Also ich meine jetzt wirklich ausgeschaltet, nicht auch stumm schalten. Nehmen Sie am besten die Akkus raus, weil sicher ist sicher. Ja, nicht meine Herren, es bringt mich überhaupt gar nichts, wenn Sie dann zu Hause anrufen und was von Überstunden erzählen und dann die Ortungsfunktion von dem Handy eingeschaltet lassen. Ich meine, ich glaube nicht, dass Ihnen das irgendjemand abnimmt, dass das hier Ihr Büro ist. Ja, und wenn Sie dann noch so ein Smartphone haben, nicht, da können Sie sich das direkt aussuchen, ob Sie so als bunter Punkt in der Landkarte zu sehen sind oder quasi so real life dann so im Satellitenbild. Ja, und meine Herren, wenn ich jetzt sage, jeder, meine ich natürlich auch jede. Also ich weiß nicht, ob Sie immer noch glauben, dass Ihre Frau Schuhe kauft, wenn sie da so jeden Abend vor den Computer setzt. Im Fachjargon nennt man sowas übrigens Red Hering oder auch das Legen von falschen Spuren. Naja, obwohl für unsere Statistik ist ja so eine betrogene Ehefrau jetzt mal gar nicht so schlecht, weil die kann durchaus mal kreativ werden, nicht? Aber Platz 7, das geht trotzdem gar nicht. Jetzt ist das ja nur so eine nationale Statistik. Jetzt stellen Sie sich das Ganze mal international vor. Ja, das sind wir ja noch nicht mal unter den ersten 100. Also so Städte wie Buenos Aires, Mexiko City, Moskau, Washington, die lachen sich doch schlapp über uns, nicht? Dabei stehen da so primitive Verbrechen wie Steuerhinterziehung noch nicht mal bei denen auf der Liste. Da kommt keiner für den Knast. Naja, na gut, bei uns jetzt auch nicht jeder. Trotzdem, meine Damen und Herren, das muss besser werden und das wird besser werden, weil wir haben uns nämlich professionelle Hilfe engagiert. Das Syndikat, die mörderischen Schwestern, ja sogar die ein oder andere einschlägige Organisation im Ausland hat uns bereits gegen die Zahlung eines kleinen Schweigegeldes Schützenhilfe zugesagt. Heute noch Platz 7 und morgen schon Bremen, die Hauptstadt des Verbrechens, das kriegen wir hin, meine Damen und Herren. Gerade mal 16.300 Verbrechen je 100.000 Einwohner gilt es zu toppen. Na, das schaffen wir. Die Verbrecher stehen alle bereit, alles was wir jetzt noch brauchen sind die Ochre, aber gerade deswegen freue ich mich ja so ganz besonders, meine Damen und Herren, dass sie heute so zahlreich hier erschienen sind. Also ich kann jetzt natürlich nicht versprechen, dass wir sie heute schon alle in der Statistik unterkriegen, aber wir haben auf jeden Fall noch jede Menge weitere Programmpunkte für sie. Also sie können jederzeit noch wieder zu uns kommen, nicht? Also wo und wann sie uns finden, das sagt ihnen diese kleine konspirative Broschüre, die ich ihnen mitgebracht habe. Also kommen sie zu uns, sonst kommen wir zu ihnen. Ja, so viel als kleine Einleitung. Ich hoffe, sie haben es erkannt, es geht um Krimi ganz klar und zwar vom 12. bis zum 26. September findet in Bremen zum 16. Mal das Bremer Krimi Festival Primetime, Primetime statt. Es gibt Literatur, es gibt Theater, es gibt Slam, es gibt für jeden eigentlich etwas, ein buntes Programm. Die Broschüren liegen überall aus, nehmen Sie sie gerne mit. Wie schon gesagt, wir suchen noch Opfer, wir suchen aber durchaus auch immer noch Geldgeber, sogenannte Täter. Wir sind auch verschwiegen. Wir freuen uns. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Abend und noch ganz viele schöne Abende im September. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.